Ich könnte einen Happen zu Essen vertragen. Gelobt sei Jesus Christus, Heinrich kommt uns besuchen. Wer sich wie ich auf Kingdom Come Deliverance 2 freut, wird dieses Video wahrscheinlich sehr, sehr gut finden. Alle anderen haben jetzt einfach nur von mir zwei Sätze gehört, mit denen sie überhaupt nichts anfangen können. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Julian Decker von der Grabungsfirma in Terra Veritas aus Bamberg und Weiden. Und ja, woher kommt denn die Brigantine, die wir alle völlig legal beim Rüstungsschmied in Rattal gekauft haben? Wie schauen da die Vorgänger aus? Wie entwickeln die sich? Woher kommt diese Rüstungsform? Und in dem Video, in dem es jetzt heute geht, werden wir uns vor allem mal um Plattenröcke, also quasi den Vorgänger der Vollplatte, kümmern. Woher kommt die? Wie entwickelt die sich? Und Spoiler, zur Brigantine kommen wir gar nicht. Ich habe das Video schon wieder viel zu groß aufgezogen, habe jetzt einfach gekürzt. Schauen wir mal, vielleicht kommen wir doch noch irgendwann in einem separaten Video zur Brigantine. Ja, also die Entwicklung ist ja so, kann sich jeder irgendwo vorstellen. Wir haben so unser Kettenhemd und so und dann macht es auf einmal 15. Jahrhundert plopp und die Vollplatte ist da. Das ist so das einfache Bild, was man dann so aus den Medien auch kennt. Alle laufen irgendwie in Fell rum und auf einmal macht es plopp Kettenhemd und dann macht es plopp Vollplatte. Aber so war es natürlich nicht, sondern es ist natürlich immer eine organische Entwicklung. Und welche Entwicklungsschritte gibt es denn da? Wie kann man die nachweisen? Wie schauen die aus? Das schauen wir uns heute an. So, von was reden wir denn jetzt eigentlich oder woher kommen wir denn eigentlich panzermäßig her? Da sehen wir jetzt hier diverse Abbildungen aus der Kreuzfahrerbibel. Also Maschowski, Maschowski-Bibel, polnisch, irgendwer. Aus der Kreuzfahrerbibel so um 1245, also schon so Mitte 13. Da sehen wir eben noch so die klassische Ausrüstung. Da haben wir oben eben einen Reiter, der eben Kettenbeinlinge anhat. Also ich sage jetzt, ich weiß, Brünnel, Ringelpanzerhemd und so weiter. Ich sage jetzt einfach, ich benutze die Wörter jetzt synonym, Kettenbeinlinge. Man hat ein Kettenhemd an mit und ohne Fäustlinge gibt es da. Man hat eine Kettenhaube auf. Zum Teil hat man dann auch so ein Kettenhemd an ohne eben diese Kettenbeinlinge. In der Mitte sehen wir dann so jemanden, der sein Kettenhemd, das so ungefähr knielang ist, eben auszieht. Und über dem Kettenhemd sehen wir bei dem Typen, der da steht, eben hat er noch so einen Waffenrock an. Also so einfach ein Textil, das dann eben vorne in dem Fall geschlitzt ist, was ihn dann als Reiter auszeichnet. Und da haben wir eben diese Entwicklung des Ringelpanzers. Machen wir vielleicht nochmal ein eigenes Video dazu. Ich finde, ehrlich gesagt, Waffen und Rüstungen immer so ein bisschen langweilig. Aber wenn es gewollt wird, vielleicht machen wir es irgendwann mal. Also die Entwicklung vom Kettenhemd überspringen wir jetzt einfach mal. Halten aber grundsätzlich fest, es ist gut gegen Hiebe, schlecht gegen Stiche. Siehe unten, wo dann eben einer, der dann eben da schön in der Kette rumsteht, von einer Lanze dann eben akkupunktiert wird. Und ganz grob, ganz grob kann man mal festhalten, dass eben auch die Entwicklung des Schwerts, ja auch eben eine Entwicklung, also die Form des Schwerts eben auch eine Entwicklung durchläuft, von einem eher auf Hieb gerichteten Objekt zu einem eher auf Stich gerichteten Objekt, was eben auch damit zu tun hat, dass eben ein Kettenhemd sehr gut gegen Hiebe schützt, aber schlecht gegen Stiche. Also das ist immer so ein Rüstungswettlauf. Wenn du was hast gegen, also ich habe was, was hieben kann, dann brauche ich mir halt was, was gegen Hiebe gut ist. Okay, du hast was, was gegen Hiebe gut ist, dann mache ich eben was, was stechen kann und so weiter. Und das ist eben im Prinzip dieser ganze Wettlauf, der dann auch gleich in Bewegung kommt, sehen wir aber gleich. So, das heißt, ich bin super geschützt gegen Hiebe, weil ich ein Kettenhemd anhabe, ich brauche irgendwas gegen Stiche, weil jetzt eben die anderen das Stechen anfangen und das heißt, die Rüstungstechnik muss sich anpassen. Aber wie? Wie muss sie sich anpassen? Das können wir als erstes Mal über, ja, Schriftquellen machen und da gibt es eine sehr vage Beschreibung 1189 in Expugnatio Ibernica, die Eroberung Irlands, wo eben die Dänen beim Angriff auf Dublin 1171 Laminis Ferreis, also Eisenbleche tragen und die sind dann wohl mit Fäden verbunden. Also ist das jetzt ein Hinweis auf einen frühen Plattenpanzer, ist das ein Schuppenpanzer und so, und es gibt ja dann auch, falls Gärte und so weiter, auch schon früher, ja, Rüstungen, die eben, ja, Metallbleche verwenden, also, ne, komischer Hinweis. Dann um 1210 der bekannte Wolfram von Eschenbach in seinem Parzifal, der schreibt, zu Sanson, Soissons war geschlagen seine Platte. Also eine Blechtreibarbeit aus Soissons wird da erwähnt. Dann Neidhardt von Rheunenthal, kennen wir auch alle, 1230, 36, sagt er, eben in Wien werden solche Platten hergestellt. Dann haben wir den auch relativ bekannten Jansen Ennickel, der in Wien im späten 13. Jahrhundert die Platte des Paris beschreibt, ne, also Trojanischer Krieg und so weiter, aber er setzt natürlich diese Figuren in das, was er in der Gegenwart kennt. Die Platte des Paris besteht aus breitem Stahl mit Nägeln. Und mit den Nägeln meint er wahrscheinlich Niete, also vernietete Platten in irgendeiner Art und Weise. Und dann kommt Herbert von Fritzlar in seinem Lied von Troja, 1190 bis 1217 sowas, in dem Dreh wird es geschrieben. Der Speer des Priamos durchdringt das Ringpanzerhemd von Nestor, nicht aber die, Achtung, darunter getragene Platte. Also Nestor hat offensichtlich eine Platte an und darüber trägt er dann sein Ringpanzerhemd. Und wir werden dann schon später feststellen, regelmäßig ist es eigentlich eher so, dass die Platte oberhalb vom Kettenhemd getragen wird. Und da sehen wir hier auch ganz bekannte Darstellungen der heilige Mauritius aus Magdeburg, Mitte 13. Jahrhundert, mit eben einem Plattenpanzer, der auf einem organischen Trägermaterial aufgebracht ist. Das heißt, außen ist Stoff, von innen sind dann Metallplatten dagegen genietet. Und auf der Außenseite dann eben haben wir den Stoff, was ja auch sehr schön ist. Und auf der Rückseite von dieser Statue sehen wir dann eben so drei Riemenpaare, mit denen dann eben dieser Panzer um den Körper geschlossen wird. Und dann unten einfach, weil ich es sehr schön finde, man kann eigentlich an der Figur selber schon alles sehen, aber die Rekonstruktion finde ich sehr schön, wo sie eben eine Echtfarbanalyse gemacht haben oder eine Farbanalyse gemacht haben und darauf eben dann die Rekonstruktion. So hat dieser heilige Mauritius mal ausgesehen. Also mit seinem goldenen Kettenhemd und dann mit so einem Aschmann, ja doch, Kettenhemd, genau, und einem Gesichtslatz, den man dann eben so hoch binden kann. Und dann eben seinen Plattenpanzer, seinen Plattenrock, eben auch noch mit so einem vergoldeten Metallstreifen eben außen noch dran. Sehr, 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 sehr schön. Also ich glaube, der Metallstreifen, ich weiß gar nicht, ob das ein Gürtel sein soll, aber ich glaube, von der Rüstung her, also von der Reko, nee, müsste eine Metallplatte sein. Okay, dann anderer Hinweis, hier die schlafenden Wächter am Heiligen Grab, der auch wieder Mauritius Rotunde, allerdings diesmal am Konstanzer Münster um 1260. Und da sehen wir auch noch so dieses ganze Equipment, was wir gerade eben auch schon in der Kreuzfahrerbibel gesehen haben. Also ein volles Kettenhemd mit einer Haube, Fäustlinge dran, Beinlinge und aber auch Platten auf Trägerstoff. Kann man, glaube ich, ganz gut erkennen. Ich habe da noch ein bisschen mit dem Kontrast gespielt, dass es vielleicht ein bisschen besser rauskommt. Also die Typen haben auch einen Trägerstoff, wo eben dann Platten dagegen genieset sind, auf der Brust, am Bauch, am Rücken und an der Schulter. Und da haben wir dann auch eben diese regelhafte Abfolge, wie Heinrich von Törlin 1230 schreibt, wir tragen gefälligst ein Ringpanzerhemd, vor der Brust dann eine Platte und darüber dann ein Wappenrock oder Waffenrock, der dann eventuell auch aus Seide sein kann. Also bei Törlin ist es aus Seide, muss jetzt nicht immer Seide sein, kann auch jeder andere Stoff sein, weil auch Ulrich von Lichtenstein dann 1255 schreibt, wir tragen ein Ringpanzerhemd, dann kommen die Platten, dann kommt der Waffenrock und dann gibt es, oh nein, norwegisch, Konungsguxja, Mitte 13. Jahrhundert, das ist ein Ratgeber für Prinzen, also wirklich, das ist How to be a Prince in Norway, wo eben geraten wird, man solle einen weichen Panzer tragen, Blautarnpanzara, was eventuell irgendwie ein Gambison ist oder ein Lederkoller oder also einfach nur ein weicher Panzer. Da drüber eine Brustberge aus gutem Eisen, der von der Brustwarze bis zum Hosengürtel reichen soll, also von hier bis da, und dann eben ein Ringpanzerhemd und dann einen Waffenrock. Also da haben wir auch wieder die Reihenfolge, wann kommt das Ringpanzerhemd, wann kommt der Plattenrock, auch wieder vertauscht, aber da haben wir zumindest einen Hinweis, es gibt nochmal irgendwie einen weichen Panzer und dann eben unsere Reihenfolge. Auf jeden Fall ist da eben in der Mitte des 13. Jahrhunderts schon völlig klar, und gut, es ist jetzt für Prinzen, aber es ist schon klar, wir entwickeln uns langsam in die Richtung, dass Platten eben immer wichtiger werden. So, da haben wir eben also offensichtlich eine Entwicklung, die von einzelnen Platten ab dem späten 12. Jahrhundert reicht, also die fängt da an und wir haben auch da wieder eine Schriftquelle, 1189 in der Philippide, in der Richard Löwenherz sich duelliert mit Guillaume de Bar. Das Ganze findet statt 1185, wo eben beschrieben wird, er trägt Schildpanzerhemd Gampeson, eine Patena, was eigentlich nur so ein liturgischer Teller ist, und die trägt er eben auf der Brust. Jetzt ist das Ding, dass es offensichtlich im Lateinischen oder auch in dem Französischen zu der Zeit einfach noch gar kein Wort für diese Platten gibt, also nehmen sie halt alles ein Wort, was sie eben schon kennen, was für was Platte gesprochen ist, in dem Fall eben eine Patena, also eine Pektoralplatte in dem Fall, und dazu dann eben von dieser Entwicklung eine einzelne Platte, die man dann eben sich, keine Ahnung, um Hals hängt, dann eben zu mehreren Platten auf einem Trägermaterial ab dem frühen 13. Jahrhundert, da haben wir den Mauritius gerade schon gesehen, oder was wir hier sehen in der Buchmalerei, das Martyrium der heiligen Servandus und Germanus, das ist dann spätes 13. Jahrhundert schon, wo eben ein Soldat dargestellt wird, der eben auch so einen Plattenrock trägt, der über den Bauchnabel geht, also der geht, fängt über den Bauchnabel, also logischerweise fängt er bei den Schultern oben an, geht über den Bauchnabel weiter und verjüngt sich dann so nach vorne, so in den Schritt rein, hat also quasi weiterhin noch die Bewegungsfreiheit für Arme und Beine und ist auch rund um den ganzen Korpus geschützt. Wir sehen ja hier auf der Abbildung, dass die Platten auch noch sich bis an die Seite ziehen und wahrscheinlich auch noch mit nach hinten und das ist eben dann auch ganz ähnlich wie die Panzer, die wir dann gleich noch sehen werden aus Wispy und ich will jetzt noch nicht zu viel spoilern, schauen wir uns gleich an und dann eben im Verlauf des 14. Jahrhunderts werden dann eben die Platten immer größer und so entwickelt sich dann eben bis zum Ende des 14. Jahrhunderts dann eben so die ganz bekannte Vollplatte, die wir auch alle kennen und 1403 in Rata auch alle schon völlig legal erworben haben. Genau, diese Platten haben dann natürlich dann auch keinen, diese richtig schön shiny polierten glänzende Ritterteile, die haben natürlich auch keinen Stoffbezug mehr. So, jetzt haben wir aber bisher wirklich nur und ausschließlich Schrift- und Bildquellen angeguckt, ein bisschen Kunstgeschichte mit unseren Figuren. Wo bleibt denn jetzt die Archäologie? Der Kanal heißt Archäologie erklärt. Jetzt kommt die Archäologie. Denn wie viele Funde gibt es denn von solchen Plattenröcken? Ja, überraschend viele. Also, wenn man bedenkt, dass ja Eisen eigentlich ein sehr gut recycelbares Material ist und eigentlich so ziemlich alles recycelt wurde, wo man seine Finger dran kriegt, gibt es dann gerade für sowas, wo ja eigentlich ganz gute Platten eben verwendet werden, überraschend viele Funde. Also, für mich war das überraschend, keine Ahnung. Bei unseren Zuschauern sind viele Leute dabei, die sich genau mit dieser Zeit auskennen und sich auch sehr viel mit Rüstung auskennen. Für die ist das vielleicht überhaupt nicht überraschend. Ich fand es cool. Und zwar haben wir schon allein aus Wispy 25 Funde. Und weil das jetzt hier so ein relativ, also für mich Neuland-Video ist, habe ich festgestellt, ich habe überhaupt keine Literatur zu den Rüstungen aus Wispy. Gott sei Dank ist aber die liebe Freundin Bea Krooks gerade in Wispy, um da ihre Doktorarbeit zu schreiben. Deswegen habe ich die einfach schnell ins Museum geschickt und in die Datenbanken. Und die hat mir dann einfach die Funde geschickt. Von daher danke, liebe Bea. Und diese 25 Funde, die eben in Wispy bei der Schlacht von Wispy 1361 in den Boden gekommen sind, teilen sich dann auf in sechs Typen. Keine Panik, wir machen die sechs Typen nicht durch. Also, wie gesagt, Schlacht von Wispy 1361. Die legen dann drei Massengräber an, wo eben dann die Gefallenen aus dieser Schlacht reinkommen. Und die werden eben teilweise mit Rüstungsbestandteilen bestattet. Und darunter sind eben mindestens 25 von diesen Plattenröcken. Die sind eben in diese sechs Typen aufteilen. Und ich zeige jetzt hier erstmal den Typ 1. Da haben wir also horizontale Platten, die über den Bauch gehen. Da sehen wir auch schon, kann man ja ganz gut erkennen, der unterste ist so ein bisschen so halbrund zugeschnitten. Also der geht da auch schon so Richtung Schritt rein. Da haben wir eben horizontale Platten am Unterbauch bis etwa eben auf Brusthöhe. Stichwort die Brustwarzen von vorhin. Und darüber dann eben so drei vertikale Platten, wobei die äußeren dann so leicht gerundet sind, damit man eben auf Achselhöhle sich noch bewegen kann. Und beim unteren Bild sehen wir die Rückseite dazu. Also auch hier wieder die Platten, die werden jetzt einmal rund um den Körper geführt und sind da eben dann auch vertikale Platten, damit man dann eben auch noch seine Bewegungsfreiheit hat. Ja, auch da sehen wir dann die Höhe von den Platten. Auf der Rückseite nimmt auch so ein bisschen Rücksicht auf Schulterblatt und eben die ganzen Muskelapparater hinten, damit wir eben die Bewegung haben. Zusätzlich hat der aber auch schon so Ansätze von Schulterklappen, die dann eben auch auf einem Trägermaterial befestigt sind. Bei Wispy auch ganz schön wurden bei mindestens zwei Objekten, also ich habe tatsächlich nicht die aktuelle Literatur, sondern bloß das, was ich jetzt schnell zusammenkraufen konnte, bei mindestens zwei Objekten wurde dann auch Leder nachgewiesen als Trägermaterial, wo eben dann diese Platten von innen dagegen genietet werden. Dann sehen wir hier den Typ 2 eben auch aus Wispy mit der Vorderseite aus drei Reihen, aus so langschmalen vertikalen Platten, die eben dann mit Bändern über die Schultern schon rübergehen. Also die Schultern sind jetzt eben hier in dem Fall mit so schuppenartigen Bändern eben verbunden. Und dann davon gehen dann quer auch noch so Streifen ab. Also wir haben jetzt da auch schon die Schulteroberseite und das, was halt zum Arm rausgeht, auch schon besser geschützt. Und dann auf der Rückseite haben wir dann eben ganz ähnliche Konstruktionen, allerdings diesmal mit vier Reihen sind es glaube ich, eins, zwei, drei, vier, ja, vier Reihen eben auch wieder aus so vertikalen Plättchen, die halt dann von der Dimension her ein bisschen kleiner sind. Und auch da wieder eben so, ja, so lappenartige Plättchen, die dann eben den Schulterbereich auch schützen, aber trotzdem auch noch beweglich sind, dass man eben auch noch den Arm normal bewegen kann. Auch hier wieder organisches Material eben, als Trägermaterial von innen dagegen genietet. Und so schaut das Ding aus. Ja, machen wir, das wird jetzt zu weit führen. Ich habe hier den Exkurs schon wieder rausgeschmissen. Mache ich jetzt nicht. Wir müssen, wir dürfen nicht zu lang werden. So, die meisten von euch werden wahrscheinlich diese Wispie-Panzer alle schon kennen, weil das ist ja auch eine Grabung, die 1939, soweit ich weiß, oder 36, nee, 39, 39 schon publiziert wurde, ist so das Standardding, was eigentlich alle kennen. Ich bin jetzt per Zufall noch über einen anderen Plattenrock gestolpert, den wahrscheinlich wieder alle kennen außer mir. Und zwar der Plattenrock von Burg Hirschstein, der so um 1350 datiert. Man sieht schon, der ist jetzt nicht so wahnsinnig toll erhalten. Allerdings das, was erhalten ist, gibt uns wahnsinnig richtig gute Hinweise. Gleichzeitig kann man an diesem Fund auch noch was anderes erklären, was jetzt mit Archäologie nur indirekt was zu tun hat. Und zwar wurde dieser Plattenrock gefunden von einem Sondengänger, der eben in der Nähe von der Burg Hirschstein unterwegs war, hat eben diese Teile gefunden, noch ein paar andere Sachen, hat es dann, wie es sich gehört, eben den örtlichen Behörden gemeldet. Ich glaube, in dem Fall gibt es im Kreis eine untere Denkmalschutzbehörde, fachlich besetzte untere Denkmalschutzbehörde, soweit ich weiß. Aber spielt es keine Rolle. Den richtigen Leuten gemeldet, was sehr, sehr gut ist, weil sonst wäre der Fund vielleicht irgendwo in der Schublade vergammelt. Was jetzt nicht so toll war, der hat sehr eifrig dann auch das Metall gereinigt, was dazu geführt hat, dass man jetzt im Zweifelsfall nicht mehr nachweisen kann, ob da vielleicht noch Textilerhaltung war oder organische Erhaltung war. Ist ein bisschen blöd gelaufen, aber grundsätzlich hat er alles richtig gemacht. So, der Fund war jetzt 2003, habe ich ja gerade schon gesagt. Und da gab es dann ein bisschen ein Problem auf einer legalen Ebene, denn in Bayern gibt es erst seit 2023 das Schatzregal. Das heißt, alle Funde gehören erstmal dem Freistaat und der Besitzer wird dann entschädigt. So, davor war das eben so geregelt, dass dem Finder das Eigentum gehört, es sei denn, er hat es woanders gefunden. Also es gibt noch ein Grundstückseigentum und dann teilt er sich das Eigentum mit dem. Und jetzt hat eben dieser Sonnengänger, der eben den Schatz gefunden hat, hat das Eigentum erworben an diesem, also einfach nur dadurch, dass er es gefunden hat, das Eigentum an dieser Rüstung erworben und wollte das Ding dann verkaufen. Das Problem ist, dass wenn so eine Rüstung rauskommt, und ich erkläre gleich, warum die so wichtig ist, die Amis sehr schnell mit einem Koffer voll Geld vor der Haustür stehen und einfach jedes deutsche Museum, jedes Denkmalinstitut in Deutschland einfach sowas von rauskaufen können und dann würde eben dieser einzigartige Fund einfach irgendwo in, keine Ahnung, Las Vegas in einem Casino ausgestellt werden und halt nicht da, wo er halt herkommt, wo er auch die Geschichte repräsentiert. Und deswegen gab es damals so einen kleinen juristischen Kniff, dass, also auch völlig zu Recht, völlig zu Recht, dieses Ding zu einem mobilen Denkmal nationaler Bedeutung erklärt wurde, was heißt, dass es nicht mehr aus Deutschland ausgeführt werden darf. Und daraufhin hat das Bayerische Armeemuseum dann die Rüstung für 66.000 Euro kaufen können. Ihr versteht. Also ich verstehe schon, warum man was verkaufen will, aber heute ist es anders geregelt. Wir haben jetzt ein Schatzregal, das Ding gehört automatisch dem Staat und der Finder wird dann eben, oder der Eigentümer wird dann eben entschädigt. So, warum ist es jetzt so ein Fund nationaler Bedeutung? Wir sehen jetzt hier die Rekonstruktion der einzelnen Platten. Die waren logischerweise nicht mehr so in situ vorhanden, wie sie jetzt hier an dieser Puppe hängen. Wir haben, also es gibt unterschiedliche Rekonstruktionen, wie die Platten ursprünglich drauf waren. Das ist jetzt die Rekonstruktion von 2017. Was ganz toll ist an diesem Teil ist, wir haben eine flächige Brustplatte. Wir haben ja gerade schon die Funde von 1360 von Wispy gesehen, wo eben die Brustteile, also der Brustbereich noch aus einzelnen Platten besteht. Hier haben wir eine flächige, getriebene Brustplatte, an der eben vier Waffenketten, sogenannte Marmelliers, befestigt sind. Und darunter dann eben horizontale Platten und am Rücken dann so mehr oder weniger quadratische kleine Plättchen, die eben auch auf dem Trägermaterial drauf sind. So, aber wie schaut das Ding jetzt aus? Jetzt haben wir erstmal hochpoliertes Metall gesehen, das eben auf einer Puppe drauf ist. Hier eine sehr, sehr schöne Rekonstruktionszeichnung, wo wir eben sehen, links die Rekonstruktion mit Leder eben als Trägerstoff und an der Brust eben diese Waffenketten. Das heißt, die sind eben, diese vier Ketten sind direkt auf einer flächigen, großen, an den Körper angepassten Platte befestigt, wo dann eben diverse Kriegsutensilien angehängt werden. Und rückseitig, auf der Rückseite sehen wir dann eben so den Verschluss, wie er jetzt eben rekonstruiert wurde, mit zwei horizontalen und zwei diagonalen Riemen, die dann eben einfach über eine Hürtelschließe quasi geschlossen werden. Und rechts daneben sehen wir ein Epitaph, und zwar von Walter von Bopfingen, der 1359 gestorben ist. Das Epitaph steht auch in der Pfarrkirche in Bopfingen und hat eben auch so vier von diesen Waffenketten dran. Und warum ist das jetzt so ein toller Fund? Also zum einen, also anscheinend gibt es ja nicht so wahnsinnig viele Teile, 25 in Schweden und dann halt noch ein paar bei uns, was immer noch mehr ist, als ich gedacht habe. Aber okay, es gibt nicht so viele Teile, deswegen sollen die bitte auch bei uns bleiben. Und was das ganz, ganz Tolle ist, wir haben hier mit diesem Panzer so ein Missing Link zwischen dieser Entwicklung, die ich jetzt gerade schon versucht habe darzustellen, mit einzelnen Platten, dann ein paar mehr Platten, hin zu dieser Vollplatte, weil wir eben hier schon im Brustbereich eine wirklich auf den Körper abgestimmte Brustplatte haben, die dann eben später in der weiteren Entwicklung eben zu unserer Vollplatte wird. Und das ist halt schon cool, dass man da hier wirklich jetzt nicht nur über die Schriftquellen oder eben über die Bildquellen gehen kann, sondern auch wirklich mal wahrhaftig einen Fund in der Hand hat. Was natürlich sehr, sehr cool ist. So, was haben wir jetzt gesehen? Die Rüstungsentwicklung im Hochmittelalter und Spätmittelalter ist eben sehr eng auch mit der Waffenentwicklung verbunden. Das heißt, wenn vor allem Hiebschwerder da sind, da machen wir halt einen Ringelpanzer. Naja, warte mal, wenn Ringelpanzer da sind, dann mache ich mir halt Stichwaffen. Ja, wenn Stichwaffen kommen, dann machen wir halt kleine Platten und dann mittlere Platten und dann Vollplatten. Um es jetzt mal ganz, ich weiß, ganz grob runtergebrochen. Das Problem ist, wir haben so viele Fachkollegen bei uns im Publikum, dass die mich jetzt in die Luft zerreißen werden, dass ich so viel gekürzt habe. Aber es tut mir leid, ich kann jetzt auch keine 6-Stunden-Videos machen, da werde ich ja wahnsinnig. Das ist jetzt ein kleiner Ausflug in die Rüstungstechnik. Wir haben ganz, ganz viel weggelassen. Küssnach gibt es noch so einen Panzer. Wir haben zwei Drittel der Typen von Wispy weggelassen. Von der Burg Helfenstein gibt es noch so einen Panzer, den man sich anschauen kann. Es gibt ganz, ganz viele Überlegungen zu diesem Thema, unterschiedliche Lehrmeinungen. Ich habe jetzt versucht, so möglichst das, was so in der breiten Masse diskutiert wird, irgendwie darzustellen. Deswegen wird es wahrscheinlich auch die eine oder andere Meinung geben. Also jetzt gerade die Rekonstruktion von unserem Hirschsteiner Panzer. Wie gesagt, da gibt es eine von 2014, eine von 2017. Ich habe jetzt die von 2017 genommen. Manche glauben eher der 14er-Variante, aber okay. Ich bin auch kein Waffenexperte. Ich muss jetzt einfach das nehmen, was ich in der Literatur finde. Wenn ihr da eine andere Meinung habt, erklärt es uns bitte in den Kommentaren. Wenn es trotz allem gefallen hat, dann lasst uns doch bitte ein Like da. Abonniert den Kanal für friedlichere Videos, wo es mal nicht um Rüstung geht. Und Tod, oh, das nächste Video wird wieder aus dem Tod. Aber okay, ihr müsst abonnieren. Irgendwann kommt ein Video, wo keiner stirbt. Teilt das Video für alle, die sich für sowas interessieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus.